Guck mal in die Kamera. Wo ist der Umeg? Hättest du mal ein Umeg mitgebracht? Der Umeg, der ist drüben bei Mark Darf. Sieht sehr viel aus, ne? Ja. Bei Mark Darf und beiden seiner Freundin. Hab ich mir gedacht, hier? Ihr seht aber alle merkwürdig aus, wie ein Mädelser. Die Gänzen sind übrigens auch gewünscht. Biene! Weihnachten. Ich muss die Biene mal filmen. Biene, guck doch mal. Biene, guck doch mal. Ich muss hinwinken. Der muss noch mal eine Creole. Den muss ich nur ausgucken. Das sind völlig weiße Haare. Da steht ja aber auch die roten Liga. Die dreht sich ja nicht um. Ist da Alkohol drin? Ne, aber... Wir waren ja hier alle schon schlack. Ja, geil! Was da ist? Ich hab meinen Sekt schon getrunken. Ich dachte, ich hab mir die Flasche anbogen. Ich hab mir die Flasche anbogen. Das war ja schon mein Vortritt. Man steht in was. Bei einem Vortritt sind das bestimmt vielleicht so... Vor allem hier beide Designs. So kann man das auch sparen, ne? Ja. So kann man auch einfach vertreiben. Weißt du was? In dem Katalog waren total geile Dinger verschmuck. Weißt du was? Der Milo hat festgestellt. Du bist dann zu jung. Der Gräuchte der Schwester ist ja nur ein Jahr älter als du. Ja. Das ist alles für mich. Das ist alles, ja. Das ist alles für mich. Ich hab mich mit mir nicht gehört.